Okay Leute, heute wird es Zeit, wir ziehen den zweiten Legendär. Wir haben das Rawly Days Tag 1 Geschenk Gratis Megabox. Mal gucken, was wir mit uns tun. Das wär's gewesen. Ich kann übrigens nicht mehr als zwei Verbleibende ziehen. Ich kann nur für Spike und Coalette kaufen. Das ist geil, jetzt fängt endlich bei mir auch die Zeit an. Wo es bald direkt blinkt, wenn die Box aufkommt. Okay, wir gehen ins Geschenk. Schade. Ey, ob wir die heute noch maxen? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Okay, hier war schon mal nichts drin. Achso, übrigens, meine legendäre Chance ist wieder... ...auf, ähm, Dings hier auf. 0,12. Also, so wie sie damals auch war. Die sind fast gemaxed. Es fehlt nicht viel. Ich hab mir extra von der letzten Season paar Punkte aufgetragen, weil ich diesen Drawler ziehe. Oh mein Gott, es fehlt nicht viel. Ich hab auch nicht mehr so... Aber ich zieh auch nicht. Nur noch einfach bleiben, ne? Okay. Jetzt kann ich nichts mehr ziehen. Jetzt geht die Zeit los. Oh mein Gott. Ich kann nur noch Münzen aus Boxen ziehen. Komm, es muss blinken. Mann, so nicht. Das kann doch nicht sein. Komm, das ist die letzte Megabox. Ich muss doch irgendwas ziehen. Immerhin ist die Chance wieder, oder? Nein, nicht mal das. Ach komm. Mal mit der Nase. Kriegen jetzt sieben verbleibende. Ich muss kurz noch was... Äh, sieben gehen gar nicht. Ich meine, zwei. Gleich wieder... Und drei. Und zwei. Ne, wir schauen auf was drin ist. In drei, zwei, eins. Ich bin echt mad. Wir haben wirklich nichts gezogen. Okay, aber 0,13. Das ist geil. Das ist gut. Okay. Dann würde ich... So, wir sind jetzt hier auf dem nächsten Account. So, wir können hier auch ein bisschen was öffnen. Also machen wir das nicht. Hier können wir noch alle möglichen Brawler anzuziehen. Schade, schade. Okay. Komm, gell. Ich muss heute nie für die Gäste weggehen. Bitte. Okay. Schade. Nein, ich habe mich nicht. Sie gab es. Was ist das denn hier? 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 Mann! Ey, komm. Dann bitte auf dem letzten Account. Dann ist das ganz nett auf dem letzten Account. Ich sag's euch. Dann geht nach Flattern nicht die zehn Verbleibenden rein. Safe. Safe. aber bei sechs verbleibenden es kann sein dass ein gadget ich bin mir nicht sicher ob ich ich weiß Oh mein Gott, wir haben nichts in diesem Video gezogen. Das gibt es nicht, wir haben gar nichts in diesem Video gezogen. Ich gehe zu meinem Club.